Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema on Will aus Liebe zum Film. Ja im heutigen Video geht es um Gangland oder wie der Film im englischen Original heißt Gang Related aus dem Jahre 1997 mit James Belushi und Tupac Shakur in den beiden Hauptrollen. Diesen Film bringt Just Bridge ab dem 12. November 2020 in die Allee, denn wir gucken uns jetzt zuerst einmal das Media Book an und dann reden wir über den Film selbst. Bevor wir uns das Media Book genauer ansehen, werfen wir doch noch ganz kurz einen Blick auf das technische Datenblatt, welches hier auf der Rückseite mit zwei kleinen Klebepuppeln angebracht war. Auf der linken Seite oben haben wir ein etwas größeres Szenenbild, daneben haben wir eine kurze Inhaltsangabe, darunter befinden sich dann weitere Szenenfotos, darunter haben wir dann die Credits und ganz zum Schluss unten haben wir selbstverständlich noch die technischen Daten wie Spieldauer und selbstverständlich dann auch noch den ERN Barcode. So viel einmal dann zum technischen Datenblatt, jetzt gucken wir uns aber das Media Book genauer an, es ist matt gehalten, wie man sehen kann hat es hier so ein paar Quatzer, die sind mit Absicht drauf, also kommen jetzt nicht von Versand oder so. Dann haben wir oben die Namen stehen, der ganzen Schauspieler, die da mitspielen, zumindest die namhaften Schauspieler. Hier unten DVD, Blu-ray und dann noch der deutsche Zusatztitel Kops unter Beschuss. Dann haben wir hier noch den Buchrücken, wir haben den Titel hier in der Mitte stehen und darunter haben wir dann noch diverse Logos und dann lege ich das jetzt mal wieder hier hin. Denn auf der Rückseite befindet sich auch ein tolles Motiv hier, wie ich finde und das nehme ich natürlich auch hoch und könnt ihr euch noch genauer ansehen. Also vom Motiv her echt super, auch hier wieder so diese Kratzer auf alt getrimmt, passt zu diesen dreckigen rohen alten Fällen. Jo, dann legen wir es einmal wieder hin, hier nochmal kurz die Vorderseite und schlagen das Media Book auf. So, dann haben wir hier eben die Disc. So schaut die aus, ja mit den beiden Gesichtern unserer Hauptdarsteller. Dann haben wir hier einen Innenprint, der geht rüber aufs Booklet. Das Booklet ist hier glänzend gehalten, von den Seiten her, ich denke man hört es etwas dick. Oh, die Bildqualität ist nicht schlecht, ja für so einen älteren Film. So, dann haben wir hier Einleitung, dann geht es hier weiter. Gangprobleme, oh die Bilder sind aber wirklich gut. Okay, das passt. Bild- und Textanteil, das hier ist ein bisschen unscharf, aber so körnig, das passt zum Film. Tupac hier. Jawohl. Super. Hier wird noch viel über die Schauspieler berichtet, über die Kritiken und den Soundtrack. Und das war es, dann sind wir hier durch. Ah, da schau her. Ja, die DVD hat noch ein anderes Motiv als die Blu-ray, das finde ich ja interessant. Das ist ja auch mal cool, oder? Guckt euch das an. Ja, nicht einfach zweimal dasselbe gemacht. Das ist nice. Und hier hinten haben wir dann Tupac drauf mit dem Gesicht, während wir hier vorne James Belushi haben. Also Hut ab, das gefällt mir sehr gut, da hat man sich was einfallen lassen. In sich ein sehr stimmiges Media Book. Und wenn ich mich nicht täusche, kann man jetzt das hier, weil das auch ein bisschen kleiner ist, hier reinlegen. Und dann ist das komplett perfekt verstaut, ohne dass jetzt irgendwie groß was absteht, wie man sehen kann. Also, jo, definitiv ein sehr gelungenes Media Book, vor allem aber auch zu dem Preis. Nice. Ja, Gangland, oder wie der Film im englischen Original heißt, Gang Related, stammt aus dem Jahre 1997, hat eine Lauflänge von circa 116 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. In dem Film spielen James Belushi und Tupac Shakur die beiden Hauptrollen. Sie sind zwei Polizisten, die sich an ihren eigenen Fällen gerne bereichern. Also mal da und dort etwas abzweigen. Der eine, um sich bald zur Ruhe setzen zu können und der andere, um seine Spielschulden zu begleichen. Allerdings kommt man ihnen so langsam auf die Schliche und da versuchen sie einem Unschuldigen etwas in die Schuhe zu schieben. Und das ist ein Penner, gespielt von Dennis Quaid. Dieser entpuppt sich aber als vermisster, reicher Arzt und seine Familie stellt ihnen dann die besten Anwälte an die Seite, um den beiden korrupten Polizisten das Handwerk zu legen. Soviel einmal zur Story. Wie gesagt, wir haben James Belushi hier in der Hauptrolle. Ihn mag man einfach. Er spielt das gewohnt, sympathisch, obwohl er hier ein korrupter Polizist ist. Mag man ihn einfach. Er hat auch wieder ein paar lustige Sprüche am Start. Tupac Shakur ist jetzt auch kein Oscar-Anwärter, spielt seine Rolle aber solide. Auch mit ihm fiebert man so ein bisschen mit, wenn man denn für seine Musik etwas übrig hat. Dennis Quaid hier in einer Nebenrolle als dieser Penner spielt seine Sache ebenfalls gut. Ihn mag ich auch immer sehr gerne zu sehen. Und James Earl Jones sprüht diese natürliche Autorität aus, wenn er hier allein den Saal betritt. Also das macht natürlich auch immer wieder Spaß. Aber auch die anderen Nebencharaktere sind top besetzt. Von den Schauspielern her kann man da absolut nicht meckern. Die Story ist auch mal ein bisschen ungewohnt. Fand ich auch nicht schlecht. Inszeniert ist das Ganze recht solide. Die Effekte sind handgemacht. Natürlich 90er Jahre Feeling kommt hier auf. Alleine in den verrauchten Bars, bei den Action-Sequenzen, den selbst getreten. Und natürlich auch bei den Gewaltszenen, Shootouts, Bloodpacks. Also da geht es richtig ab. Der Film ist auch recht gewaltbereit sozusagen oder gewalttätig. Was will man erwarten von einem Film, der heißt Gangland oder Gang Related. Das war Tupacs letzter Film, bevor er erschossen wurde. Leider also da hat der Film natürlich noch einen besonderen Stellenwert. Außerdem wegen dem genialen Soundtrack, also wer Hip-Hop-Musik, R'n'B-Musik oder generell Musik aus den 90er Jahren etwas abgewinnen kann, der wird hier auch definitiv seinen Spaß haben. Seinerzeit schafft er es, der Soundtrack sogar auf Platz 2 der amerikanischen Charts. Und auf den R'n'B-Charts war er Platz 1. Ich glaube, er hat sogar zweimal Platinum gewonnen. Also da geht richtig was. Wer Filmen wie Training Day oder Ricochet zum Beispiel, ätherer Film mit Denzel Washington, Colors, Farben der Gewalt oder auch Gridlocked, der kurz davor mit Tupac Shakur erschienen, etwas abgewinnen kann, der wird mit Gangland oder Gang Related definitiv seinen Spaß haben. Von mir bekommt der Film 8 von 10 Punkte. Falls ihr euch für den Film interessiert, guckt in die Infobox, dort findet ihr den Trailer und auch den Kauflink zu diesem Mediabook. Und ich bedanke mich jetzt einfach mal fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag, blattgesund, bis zum nächsten Mal und Servus.